Und dann lasst du weiter, Ole. Geh weiter. Die Schiene fängt auch an. Die früher jetzt, ne? Ja. Hörst du einfach zu, dass wir zurückkommen? Ja, das ist schon lange gewesen. Nee, nee, weil der ist sonst die Knie. Der frieren tut sie noch. Die kriegt dann nichts in den Oberrang.